Eltern. Gedisst. Pickel. Gefriendzoned. Swag. Porno. Zocken. Facebook. Sex. Noobs. Alkohol. League of Legends. Hip-Hop. Liebe. Paul Bühre. Teenie Leaks. Was wir wirklich denken, wenn wir nichts sagen. Gelesen von Julian Greis. Ui, wie viel? So 15 bis 20 habe ich, glaube ich, gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich selber war in der Zeit. Ich habe aber auch mit einem zwölfjährigen Jungen zum Beispiel geredet, der mir League of Legends erklärt hat, weil die Begrifflichkeit und was dahinter steckt, das wusste ich nicht. Genau. Aber ansonsten das einfach lesen, weil Teenie Leaks ist ja wie eine Gebrauchsanweisung. Insofern erklärt sich ja viel von selbst auch. Was ich interessant fand, war, dass er beschrieben hat, dass die Jugendlichen heute sich anders als früher oder anders als ich auch früher sich nicht mehr über Musikrichtung definieren, sondern, dass durch diesen unbegrenzten Zugang von Musik durch Spotify, iTunes oder YouTube oder was es alles gibt, dass sozusagen jeder wie einen eigenen Musikstil, eine eigene Musikrichtung hat und es jetzt gar nicht mehr diese verschiedenen Richtungen gibt, die einen prägen. Und das war mir so nicht deutlich oder nicht klar vorher. Jugendliche und ihre Looks sind wie Fische. Es gibt einen Schwarm, in welchem jeder eine beinahe exakte Kopie seines Nebenmannes ist oder sich zumindest darum bemüht. Manchmal kommt auch ein ganz toller Hecht angeschwommen und gibt sich als der neue Anführer aus. Der Schwarm mag den Hecht zwar nicht besonders, aber aus irgendeinem Grund folgt er ihm trotzdem. Und dann sind da noch ein paar Außenseiter, mit denen sich der Schwarm erst gar nicht abgibt oder die er ab und zu sogar angreift. Dauernd formiert er sich neu und immer gilt nur, der Anpassungsfähigste überlebt. Der Hecht lebt den Kodex vor. Und zum Kodex muss man sich irgendwie verhalten. Es gibt Leute, die dem Kodex folgen. Leute, die sehr genau von seiner Existenz wissen und mit aller Kraft gegen ihn ankämpfen oder ihn ignorieren oder sich lustig über ihn machen. Und natürlich die, die ihn gar nicht erst bemerken. Hier eine kleine Demo des Kodexes in freier Wildbahn. Pascal kommt neu in die Schule. Er ist unsicher und so weiter, weshalb er sich, um in der neuen Klasse akzeptiert zu werden, seine teuersten Sachen anzieht. Schuhe von Nike Air, Socken von Tommy Hilfiger und hoffentlich auch eine Unterhose von Hugo Boss. Zu den Unterhosen kommen wir gleich noch ausführlich. Bitte Geduld. Er kennt zwar den Kodex seiner neuen Schule noch nicht, aber dafür die allgemeingültige Regel. Leute, die Marken tragen, werden in der Gruppe akzeptiert. Was nicht heißt, dass Leute, die keine Marken tragen, nicht akzeptiert werden. Die müssen aber über so etwas wie einen Charakter verfügen oder über nette, nützliche Eigenschaften wie Selbstbewusstsein oder Hilfsbereitschaft, die sich natürlich nicht sofort zeigen. Weshalb es für einen Neuling in der Klasse gar keine so schlechte Idee ist, erst mal seine teuersten Sachen aus dem Schrank zu holen. Denn sobald ich das verstehe, ist es vielen Mädchen schon früh wichtig, besonders sexy und erwachsen rüberzukommen. Was ich ja nachvollziehen kann, weil wer will das nicht? Und außerdem sind Mädchen nun mal viel weiter als Jungs und so. Das führt dann dazu, dass viele mit zwölf, dreizehn anfangen, sich zu schminken. Nichts gegen Schminke. Schminke ist toll. Nur mit zwölf? Leggings tragen, Hotpants, T-Shirts mit Ausschnitt, T-Shirts mit Löchern, T-Shirts zum Durchgucken. Finde ich alles toll. Aber soll ich das toll finden? Soll ich da hingucken? Nein, natürlich nicht, du Vollidiot! Okay, sorry, nur so eine Frage. Aber warum zieht ihr dann sowas an? Dumme Frage. Dieses Pubertäre und so, ich glaube, das ist heutzutage dasselbe wie früher, als ich jung war. Was anders ist, ist natürlich alles, was er beschreibt. Diese Möglichkeit, so viele Serien zu gucken, wie früh Kinder heutzutage mit Pornografie oder Jugendliche mit Pornografie konfrontiert werden, all das, das war früher anders, glaube ich. Damit es keine Missverständnisse gibt. Hier zehn Gebote, die meine Eltern im Umgang mit mir befolgen sollten, wenn sie meine Pubertät gut überstehen wollen. Erstens, lasst mich in Ruhe. Zweitens, in meinem Zimmer habt ihr somit nichts verloren. Außer, ihr bringt frische Wäsche oder Frühstücke ans Bett. Es ist ein Notfall und jemand ist in ernster Gefahr. Ich habe verpennt und ihr wollt mich für die Schule wecken. Es gibt Kuchen. Ihr wollt eine Audienz. Drittens, ich nehme keine Befehle entgegen. Sondern antworte, wenn überhaupt, auf Bitten oder gut gemeinte Ratschläge. Es liegt aber in meiner Hand, ob ich diese befolge oder missachte. Denn ich muss schließlich die Konsequenzen tragen. Das heißt auch, dass ich mein Zimmer nur aufräume, wenn ich es will. Und nicht, wenn es euch gerade passt. Viertens, macht mir Essen, wenn ich hungrig bin. Fünftens, unterschreibt schlechte Noten zügig. Stellt nicht zu viele Fragen und macht mir keine Vorwürfe. Ich weiß normalerweise, woran es lag und wenn nicht, frage ich um Hilfe. Sechstens, versucht mich nicht zu Sachen zu zwingen, auf die ich keine Lust habe. Sonst rede ich nicht mehr mit euch. Siebtens, haltet zu mir, egal was ich mache. Ich brauche eure Hilfe noch, auch wenn ich es euch so offen nicht sagen kann. Ich versuche nämlich gerade unabhängig zu werden. Und wenn ich euch um Unterstützung bitte, wird diese Illusion vernichtet. Achtens, versucht euch nicht allzu viele Sorgen zu machen. Neuntens, ich mache das alles nicht zum Spaß oder um euch zu verletzen, sondern weil es der einzige Weg ist. Also nehmt es mir nicht allzu krumm. Zehntens, egal was passiert und wie es aussehen mag, ich habe euch immer noch lieb. Also, ich mache das alles nicht zum Beispiel, ich habe euch nicht zum Schluss verletzen,